Ja, sehr gegrüßt zu einem neuen Video. Wir spielen Republik und ja, wir sind endlich raus. Also, na gut, jetzt fließt da wieder Wasser, aber eben gerade war da nichts. Der Große wollte uns noch hinterher, aber na gut. Moment, äh, das ist der... Tatsächlich, alter, da hab ich jetzt gar nicht so drauf geachtet, aber... Guck mal, wo wir jetzt sind. Da sind wir durch, durch den Friedhof, durch, durchs Labyrinth, durch alles mögliche, Pumpe, Resettet und so ein Blödsinn. Ja, und jetzt sind wir einfach nur hier durch, mehr nicht. Was anderes sollten wir gar nicht, wir sollten nur hier durchkommen, mehr nicht. Da, wo der Schlüssel abgebrochen ist. Ist das hier für eine Kamera noch? Okay, krass. Ja, da unten sind wir nämlich durch, ähm, aber jetzt ist hier halt überall alles wieder voll Wasser. Wir sind da durchgekrochen, der Riese wollte hinterher, aber alles am Ende der letzten Folge noch zu sehen. Ähm, ja, die letzte Folge war sowieso ein bisschen seltsam, weil ich einfach mal aus dem Nichts da angefangen habe. So, wir gehen da mal lang. Ich hoffe, dass das jetzt nicht einfach zu Ende ist, das Kapitel. Guck mal, da telefoniert er schon wieder. Well done, old friend. It's the end of the line. This evening, for me, was simply divine. Despite the bad luck and inclement weather, I'd say we certainly worked well together. But all things must pass before they conclude. Even death is not more than a brief interlude. This moment has happened before, I am sure. For reincarnation is mortality's cure. Go now, old friend. By the light of the moon, I am sorry to see you leaving so soon. Oh, der hilft uns jetzt nicht mehr, weil wir jetzt hier rausgekommen sind. Er wollte uns nur helfen, hier durchzukommen. Also einfach nur durch die Tür zu kommen, ne? Mehr ist er gar nicht. Und jetzt hat er es geschafft, deswegen hat er sich jetzt mal verabschiedet. Ähm, mal sehen, wie das weitergeht. Jetzt sind wir auf uns alleine gestellt, sag mal. Wir kriegen jetzt halt keine Hilfe und so. Aber hier ist er noch. Die Wasser ist weg. Schande die Frau durch die Hände jetzt. Ihre Freiheit ist nah. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass es jetzt zu Ende ist, weil... Ähm, das war das vierte Kapitel. Oder die vierte Episode. Oder... Ja, wie auch immer. Und... Es gibt fünf. Das heißt, wir müssen nochmal so viel... ...spielen. Und uns mit den Scheißspeichern rumärgern und so weiter. Es ist dunkel. Ich seh nichts. Irgendwas passiert noch, weil wir haben die beiden Typen ja noch gesehen da im... ...Viertor. Oh oh. Es wird der... Der Direktor. Der ist immer so verpixelt. Sie haben dich folgt. Sie haben dich folgt. Sie haben dich folgt. Sie sind hinter dir. Jetzt sind sie. Ich sehe sie nicht. Hm. Tot. Das hat sich ja gar nicht gelohnt. Komplett nicht. I am Error. Ich hab da jetzt keine Einfluss irgendwie drauf gehabt oder so. Deswegen passiert jetzt noch was. I am Error. Buch. Hallo. Hallo. Hm. Seltsam. Ist das so gewollt? Ich weiß es nicht. Hm. Also es geht auf jeden Fall nicht weiter. Ich versuche mal aus dem Spiel rauszugehen. Und das wieder zu starten. Mal gucken. Bis gleich. Ja, da sind wir nun. Ähm. Eigentlich im Hauptmenü. Ich weiß nicht, ob das... Es existieren lokale Dateien. Also. Ich wollte es mir mal nochmal zeigen, weil das mir halt regelmäßig passiert ist hier in dem Spiel. Und. Ja. Jetzt habe ich halt die Gelegenheit, dadurch dass ich das ganze Spiel nochmal nochmal neu gestartet habe. Ähm. Der speichert ja regelmäßig und blablabla. Aber in Wirklichkeit ist es nicht so. Ähm. Ja. Die wollte ich halt abrufen. Ja, okay. Und. Lädt bitte warten. Guck mal. Und hier haben wir nämlich das gespeicherte Spiel, welches ich habe. Ähm. Ähm. Selbst wenn ich das auswähle, gab es ein Problem. Was heißt das? 3 gespielt, ne? Ja. Ich kann mir jetzt eine Episode aussuchen und Episode 4 war das ja jetzt gerade. Warum ist jetzt, warum wir jetzt erschossen wurden, weiß ich nicht genau. Ich würde mal sagen, wir machen einfach mal mit Episode 5 weiter. Episode 5, als wenn wir... Als wenn wir... Äh, nein. Äh, nein. Äh, nein. Ellie sagt nicht. Äh, nein. Äh, nein. Du bist die Backup. Äh, nein. Ich wünsche dir eine Glimpse des realen Welt, in all ihren schrecklichen Manifestationen. Okay, also ist... alles klar, also... ja, keine Ahnung, was das hier alles soll. Ach so, wie... okay, wir waren hier gerade in diese Statue drin, jetzt können wir halt hier in die Webcam. Okay. Alles klar, also soweit, wie wir mitbekommen haben, sie ist ein Datenträger. Sie ist einfach nur eine Festplatte in Menschengestalt. Ähm, dafür werden die Leute halt... Ähm, ja. Also in der DNA ist das halt, dafür werden die Leute halt irgendwie mal programmiert. Naja, sie ist eigentlich kein Mensch, sie ist nur eine Festplatte in Menschengestalt. Und dieses Erschießen hat sie gar nicht getötet, sondern, äh, eher gesagt, einfach nur außer Gefecht gesetzt, wahrscheinlich. Aber warum konnte ich denn nicht weiterspielen? Warum ging das Spiel nicht weiter? Ich musste das Spiel tatsächlich verlassen und musste das Spiel neu starten, wie ich halt gezeigt habe, ne? Wie man sehen konnte. Ja, und nun sind wir hier und... Ist jetzt nur alles passiert, was wir gemacht haben? Ja, keine Ahnung, irgendwie erklärt er uns jetzt, was hier abgeht. Gut, weiter geht's. Wir machen aber aus der Kameraperspektive erstmal weiter. Schauen wir mal, was jetzt noch so kommt. Gut. So, weiter geht's. Wir machen gerne, was jetzt noch upper nach. Sie haben sich mit dem Fehler zu dem culpa banken. Sie haben dich verbunden, mit dem schlechten Kind-Bilk 은 være. Wir haben dich mit einem eigenen Selbstsportspfaches gelangen, invitation, mit einer Momente-Bilderinnen-Bilderinnen und Gefahrzeuge in vollkommen, von einem Alter Zurück-Bilderinnen, Es ging zu Ihren schweigen, und sie haben sie abonnenten. Ich bedanke mich, dass Sie wiederholfen werden. Wie Sie schon seit Jahren waren. Jedoch, Sie sind verabschiedet. Ich bin sehr verabschiedet. 3-9-0-H. Ich habe Sie gesehen? Deringer, stopt das Rekord an einmal. Das ist nicht ein Rekord. Es ist live. Impossible. The man is dead. Do I have your attention, Trey Glazahn? I want to thank you for making a martyr of me. Shooting me, dumping my body in the drink was just what I needed to give me a little street cred with the boys in uniform. Luckily, you missed my vital organs, including my heart, which, given the fact that you don't have one of your own, it isn't surprising that you missed mine. Sweetie Park. How's yours, Deringer? Hm? I guess, what with the arrival and all, you've been too busy to notice the mutiny taking place right under your smug chin. The Prizrak are mine now. Enough of them anyway. And anyone else who wants to join the fight, you can find me at the place I described in the doctored manifesto. Get me a poisoned manifesto at once! There are no more! You had me burn them all! Oh, Deringer's off. One last thing. Watch it! Ah! It's an attack from within! He's trying to stop the arrival! Sir! Sir! This way! He's trying to get into it! Okay, all of them together. This is Daniel Zager. Traitor. Agitator. Former Kadaver. As of this morning, I am also your Liberator. Hold on a sec. Let me just... Sorry about that. To those who are enslaved by Treglazov, you are now free. To the few who are still loyal to him? He will soon die. Choose your sides carefully. Do not cite contracts with marked men. They won't live on our own land. We the people are too many. We are too angry. And we will get into account. We will express our outrage through any means necessary. That's what you do too tall, though. Rise up with me! Fight beside me! Take that shaky hand of yours and make a fist on it! Charge at those who were once in charge of you! Stand against those who once stood upon you! Do not back down! Do not retreat! And never! Never! Turn your back on your country. Because that's when we stick the knife in it. ... Keine Güte, ey. Schon wieder tot. Wie oft kann man denn sterben hier in dem Spiel? Nein, äh, ich... Wie da aussieht, hat sie es überlebt. Das Handy liegt bloß ein paar Meter weiter. Die Frage ist jetzt, äh, was ist ihr Ziel jetzt, ne? Was sie erreichen will. Guck mal, ihr komischer Teilsband hat sie ja immer noch rum. Das ist halt irgendwie unser Inventar mal gewesen, ne? Warum ist sie hier reingegangen? Warum ist er nicht raus? So, da sind wir wieder. Oh, H. Wie hast du hier getroffen? Mit Hilfe. Dein Telefon. Ich brauche es nicht mehr. Warum ist das? Wir brauchen es nicht mehr, aber warum nicht? Sie weiß ja gar nicht, was wir damit angestellt haben. Äh, das war einfach bloß zur Ortung, glaube ich, ne? Oder die Kamera? Äh, keine Ahnung. Irgendwie sowas hat damit zu tun, damit wir irgendwie in Kontakt mit ihr treten konnten. Äh, sind wir... Hä? Hallo? So. Oh Gott. Ja, besser ist. So, genau. Die weiß ist also, ne? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Sie hat mich aufgehört. All right. Wer hat das? Die Overseer? Daniel, bitte. Listen zu mir, Kind. Derjenige, der du in den da ist, hat dir geholfenetet. Der hat dich näher zufrieden, als jeder Pre-Kal hat ever geholfenet. You weep. You know weep? 933-W ist tot. Wir wissen nicht. Er schraubte in der Garten, versucht zu erheben. Er schraubte, weil er nicht jemanden hat, um ihn zu helfen. Weep nicht hat jemanden auf ihn. jemanden... ...hier nach ihm. Wenn du wirklich fertig bist, dann werde ich dich zurück in deinem Raum. Aber nach heute, es wird nicht wichtig. Wir fangen hier an. Wir brauchen deine Hilfe. Wir brauchen deine Hilfe. Wir brauchen deine Hilfe. Was... was für meine Freunde hier? Ich will sie, alle, sie zu frei. Especially Cooper. Wir alle wollen das. Die Frage ist, wie wir es richtig machen können? Nicht das wieder. Mirai und ich sehen nicht ein paar Dinge. Violence ist nicht die Antwort. Es ist die einzige, die sich registriert. Terminus muss werden. Aber wir sind jetzt. Es wird durch eine gewissemacht von Loyalist Prizrak. Ja. Die müssen wir sterben. Nein! Nein! Keine Böse. Wir schlagen ihre Herzen. Oder besser gesagt. Wir schlagen sie in einen Hamburger. Also Pre-Cal. Wie wollen wir das mit deinem Freund machen? Hm. Gute Frage. Komm, machen wir selbst. Ich wähle Mirai. Let's rewrite history. First we connect to their relevant criminal databases and delete their bogus charges. Then we'll degaust the computers to seal the deal. This starts with a degaust gun. Run it along a computer and you'll erase the hard drive. More specifically, you'll erase any criminal charges these men are burdened by. But to get the degaust gun, we need to get inside Derringer's office. To get into his office, you need Omni-Level 5. I turned that off for a reason. And I turned it back on. The Pre-Cal and her friend need top security parents to pull this off. Und die kriegen wir jetzt einfach so, ja? Okay. Does anyone think that sounds safe? Go ahead. Upgrade to Omni-Level 5. Ja, moment, 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 moment. Ähm, machen wir. Ja, dann los, wollen wir mal. Upgrade auf 5, Junge. Wie lange haben wir darauf gewartet? Das wäre ja am Anfang eigentlich notwendig gewesen. Junge, Junge, weil uns hier alles schon passiert ist, ne? Und jetzt sind wir alle für'n Arsch. Eigentlich, theoretisch. Höchste Stufe. Jetzt können wir alle Türen öffnen. Alle, die wir überhaupt... Ja, öffnen können. Alle, die öffnenbar ist... ...sind. Du bist bereit. Geht zu der Location in Map-Vue. Find die Degaus-Gun und von da... ... ich zeige dir an die Computers, die nötig sind. Ich kann es nicht glauben, dass du sie um eine falsche Türen findest. Es ist nicht eine falsche Türen, Daniel. Oh, es ist eine Türen aus Tofu. Was wird sie tun, wenn sie in Probleme geht? Lass sie es jemanden? Wer sagt, sie muss alles tun? Gut. Alles klar. Dann los. Na, lösen sie sich jetzt auf. Ja, sie geht los. Achso, ich kann jetzt überspringen. Will ich aber nicht. Gut. Alles klar. Jetzt sind wir wieder an der Reihe. Aber... Das war's für diese Folge. Do you hear me? Ja. I hear you. You sound different. The accent, yes. Just part of a dangerous game I played for too many years. A game I never intended to involve you in. I involved myself when I took your phone. We're glad you did, kid. It's yours now. A keepsake. From your time in this fragmented world. You'll need it when you get to the next one. Last night you told me the outside world was dead. I told you what you needed to hear. And what anyone who was listening to us wanted to hear. The world beyond metamorphosis is very much alive. But we can talk about this later. Make your way to Derringer's office. How do I find it? Follow the statue of Chief Cologne. It's inside the Prizrat Command Center. Your friend can show you the way. Good luck. Both of you. And there we go. Okay. Good. It's not all so active as we did. We were actually almost everywhere. Everywhere where we could go. Now we go. Now we go. Good. Then we go. All right. I thank you for the first time. And we'll see you in the next episode. See you later. Bye. Ciao. Bye.